Ciao ragazzi, schweren Herzens muss ich mich jetzt von diesem Traum, schaut euch diesen Traum an, diesen Traum verabschieden. Hier, noch rüber zum Pool. Das war wirklich sehr schön. Wir waren insgesamt fünf Tage hier auf dem Anwesen von dem Mann, der hinter der Kamera quasi steht und nicht jetzt gerade filmt. Das ist der Alex, ein toller Gastgeber. Es war wirklich toll. Wir haben großartig hier immer gegessen abends und zusammengekocht und Spaß gehabt. Und tagsüber sind wir natürlich hier am Pool abgehangen. Das war mit diesem herrlichen Blick einfach zu dem Capo Vaticano. Das ist hier, muss man gesehen haben, vor allem von hier oben aus. Also richtig ein Traum. Vielen, vielen Dank für diese Gastfreundlichkeit. Das war toll. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Bis dann. Ciao.